Oh, ich hab da noch einen Bad Rock. Tschau. Hallo Leute, hier ist mal wieder der Max und der Toni und der zweite Part von Skyblog. Das ist ja... Scheiße, das ist ja die... Bist du mit dir jetzt was runtergefallen? Wir müssen ins Wasser schicken. Ey, das scheiß Maus drohen. Was ist passiert? Ich wollte mir Wasser nehmen, mit dem Einer und dem Maus drohen, wechseln zum Stamm und wollen die Wasser wieder zu. Äh, okay. Der Maus drohen noch nicht fertig. Ist ein scheiß Maus. Ich beginne wahrscheinlich umzubauen. Lauter Rennen. Ich beginne schon umzubauen. Da warte, ich mach jetzt das Wasser. Oder hätte ich noch nicht sollen? Na, na. Ey, da geht das. Ich mach jetzt mal so. Warte, ich... Ich mach mal mal, dass das Plateau da hinten etwas weiter wird. So, mein... Okay, ich glaube, das geht so, oder? da könnte er noch schon die zweite laube ja ich hole ihn mal ist schon das loch im boden ja ok ein doppelgenerator voll riesig das scheißding und schau einmal so jetzt können sich alle die sich noch aufregen wollen wie ein Cheater reicht nicht mehr aufregen sonst bauen wir mal ordentlich ab ja ich hab ein spitz ok ich gehe noch schnell einen Baum und pflanzen ok so ein Baum ich pflanze gleich zwei an ich bin runtergefallen ich bin abgerutscht scheiße ja das bin ich ihm gefallen schon wieder das hat sie bei dir zwei Säplings zwei Säplings hast du Ehre bei dir zwei ne nicht hast du die zwei Erde die verkraften wird warte ich bin wieder da ich hab doch keinen einzigen Kopf verloren ja 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 so warte ich mich schon einen Säpling wieder ich hab mir doch nicht nein so wenig Erde haben wir nicht hast du das Loch zugemacht ja das hab ich aufpassen können es war doch nicht mit Absicht ich bin ich hab's ich höre es ich bin ich bin und ich habe fast heute geschmissen ja auch zufrieden es ist so ich muss mich in dem Holzspielzakke basteln also soll es das Wort an und ich muss schon was weiter schlägt nach 1 so ist heute schon eine Ausstattung lange dauert es nur zu anderen Insel und ja ja da ist es nicht übrigens ja keinen Grasblock behalten erlaubt dort eigentlich ist der Grunde eingelassen die Auge ist mann und so ein Grasblock gegen einen Erdbruch Schau so naja für Farmen das ist auch keiner hierbei beschweren das sind die Ausrede für sich nicht mehr die 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 Warte das alles wir sollten uns langsam facken liegen ja ich hab sie schon einen Baum gepflanzt dafür brennen die ein Stück was für eine Fakten eigentlich für vier Fakten stimmt cool dann können wir mal dafür sagen dass das Wasser nicht einfriert mal 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 ist das langweilig wie hättest du das aus wie hältst du das aus sag's mir ich rede nicht nicht so warte mal warte mal warte mal warte mal Okina das ist noch ein bisschen übergeben es sich um uns zu empfangen werden ich schon da kann man sich schon mal anfangen hinzubauen da in die Richtung in die Richtung in die ich vertaue hier weil schaust du auch ganz kurz normal ein nein es geht schon ich hole mal weiter koppeln ich hole mal koppeln ich hole mal koppeln da r n 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 da die n n n dement ja auch bei mir ja ok warte soll ich immer kurz nachschauen nein bei mir sind es nicht mehr lustig schält für mich in der Luft haha geil so kann ich bitte die Kabel zu holen mann du kannst du es sonst gibt ja ich glaube das macht es nicht mehr aber ich sehe es die Insel die Insel so er ist schon wieder da wie langweilig das ist so ich habe kein seltsam gesprächiger er will was soll man als großartiger zählen ja ich baue mich dort drüber ein block schön nach dem anderen um m so als schon wieder da für alle ist noch nicht gesehen was ich mit diesem bug meine da ist so dass er einfach kein block hinsetzen kann und weiter geht es aber zu wenig drüben sein drüben hinschüsse ja ich könnte hier eigentlich auch nix bauen also eigentlich werde backdauer so ich komme ich hab die zurück hinschüsse hinschüsse h hinschüsse 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 so ich muss das wasser zu kurz mitnehmen h hinschüsse 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 Prozent Prozent ja was ist jetzt ich habe das Wasser all jahre Leute es war jetzt gerade ein kurzer Schocker bei der Aufnahme wie ihr vielleicht mitbekommen habt und ich bin jetzt auch an einem ganz anderen Ort als wohin das liegt daran dass die Aufnahme irgendwie gestoppt hat und ja jetzt seht ihr halt einfach was wir so gemacht haben sieh die halt leider nicht aber ich kann es euch sagen also die Insel besteht aus Sank darauf ist eine Truhe mit Obsidian Kürbis Kernen 3 Kakteen stehen da drauf ja das habe ich halt jetzt alles abgebaut und da drüben ein kleines Plateau gemacht ähm schattest du mal die Monster bitte wieder ein hat so lange mal alles in ja mach ich jetzt mach ich jetzt ja ich bin nur noch einmal gestorben darum habe ich auch gar nichts mehr bei mir ok ich schaue meine Monster an so so ich war eine Schaufwand von über den ganzen Schnee was soll ich schütteln an 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 es ist der Tag er hat gewachsen ja ich weiß es ist und in der nächsten Knochen oder so irgendwas hätten ich warte auf die Nacht und die Rübe und Töte einfach Monster und schon wieder kannst du diese Scheiße ich denke es geht wohl auch so 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 nach dem Baum nun um k kannst du das so muss ich mit dem dritt aber drüben ist ja das kleinste schliebende die das ist ein kleines nein noch nicht zu tun ist noch nicht groß genug ja das kannst du aber nicht mehr viel Prozent 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 so was waren wir ein ganzes Prozent ja so davon sind die dieses kleine Plateau da werden auch ganz bestimmt Monster in der Nachtsformen und den Weg haben wir verdient damit man einfach sicherer drüber gehen kann ich hab noch mal eine Fackel und ich hab Angst ich hab noch mal eine Fackel das war das war wird am Anfang sicherer drüber springen kann ich versuchte es mal vorsichtig um aufzubauen ausdrucken k zum Beispiel okay aber alles das geht so hat die Oben nicht platziert darum ich mache mal so ein Schneeblöcke Glocke wir brauchen von man wieder holz gern es gibt es nämlich auch schon aus so ich hab 30 Schneeblöcke ich hab 16 Koppels ich hab ein Schneeblöcke oh cool da drin lagen noch lauter Koppels da ist es noch nicht nachts ja dann will ich danach verliebt und besorgen uns Knochen darf ich den Bad Rock weggeben ja das mache ich schnell okay jetzt noch um das Plateau ja mach ich so weil es sieht so scheiße aus ich hasse das ist so blöd ist die Lage von dem so da hin ok du kannst den warte ich mach hallo ja so ok das Loch hast du zugemacht so im Boden so stimmt da war ja gar keine nur mit Bad Rock und Webers platziert ok das sieht deutlich besser aus wow was machst du einfach das war halt noch Koppelsau du schon seit Ewigkeiten ja was soll ich tun du blöde Baum wächst nun mal nicht da hat sich auch gerade voller Schneeschuld ich habe noch keine Möglichkeit dass uns schneller wächst gell Baunenmehl Baunenmehl Knochenmehl wie ist es Knochenmark oder Knochenmehl Mehl Mehl das ist einfach weiter wieso wächst es damit schneller ja gell wirklich noch immer keine Namen auf Mann ich und ich habe noch ein Bertrand und schau ich habe keine Stücke mehr ich ein